Meditieren zur Entspannung Es gibt die Fantasiereise, es gibt den Bodyscan, es gibt kombinierte Yoga-Entspannung und oft dann auch die Meditation gezählt. Und tatsächlich wurde zum Beispiel die Entspannungsreaktion, der Relaxation Response in den 1960er Jahren von einem Psychologen oder Mediziner namens Benson erforscht anhand der Meditation. Es wurde schon vorher von Hans Selye die Stressreaktion des Organismus untersucht und Benson hat nachweisen können, dass der Organismus nicht nur in Stress geraten kann und dann nachher wieder zurückkommen kann auf das Normalniveau, sondern es gibt auch die Entspannungsreaktion, die dem Körper hilft, noch entspannter zu sein als Normalentspannung. Und die Entspannungsreaktion kann der Stressreaktion entgegenwirken. Und diese Entspannungsreaktion wird eben auch durch jede Meditationstechnik ausgelöst. Wenn Du also meditieren willst zur Entspannung, dann fang einfach mit Meditation an. Allerdings würde ich dazu sagen, wenn Deine Hauptmotivation ist Entspannung, dann würdest Du wahrscheinlich besser fahren mit einer liegenden Tiefenentspannungstechnik. Die Tiefenentspannungstechnik führt Dich schneller und leichter in die Entspannung. Meditation entspannt auch, aber Meditation ist auch ein Bewusstseinstraining, ein Konzentrationstraining, ein Gelassenheitstraining und auch die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Tiefenentspannung ist etwas leichter zu machen. Aber Du kannst eben auch sagen, ja, ich will ja auch Konzentrationstraining, Gelassenheitstraining, Achtsamkeitstraining, Bewusstseinstraining haben und es ist toll, dass mich das auch entspannt. Im Normalfall empfehle ich sogar, liegende Tiefenentspannung zu kombinieren mit sitzender Meditation und zusätzlich Yoga-Übungen. Dann hast Du alles, was Du brauchst, um zu entspannen. Die liegende Tiefenentspannung führt am effektivsten zur Entspannung. Die Asanas helfen auch, dass tiefere Verspannungen sich lösen können, der Energiekörper sich entspannt und natürlich auch, dass Du Muskelkraft, Flexibilität und auch Ausdauer trainierst und eben auch Körperbewusstheit schaffst, die Energieblockaden auflöst, Chakras öffnest und so auch den Feinstoffkörper aktivierst. Und die Meditation hilft dann, dass Du auch in der Tiefe entspannen kannst, den Geist entspannen kannst, Gelassenheit auch im Alltag lernen kannst und auch mit mehr Stress im Alltag besser umgehen kannst. Und so ist die beste Strategie, um mit Stress umzugehen, dass Du Asanas, Pranayama, sind die Atemübungen, würde ich sagen, Yoga-Übungen, Tiefenentspannung und Meditation kombinierst. Mehr Informationen auch über, wie Du meditieren beginnen kannst und auch Videos für Meditation auf yoga-vidya.de.